Das letzte Mal bei White Day Oh, komm schon Das Wasser ist abgelassen, oder? Volle Zippe Oh ja, das Medaillon Ich hasse Leitern in solchen Spielen, wisst ihr das? Eine Wassermarke, eine Holzmarke, die mit dem Symbol für Wasser versehen ist Ein Glücksbringer Ja, mir bringt das sehr viel Glück Ach nee, warte mal, der Swimmingpool, den sieht man doch nicht vom Dach Also vom Boden aus Ich dachte, ich, dieses große Also diese große, beglaste Decke, die wäre der Pool Aber ist nicht so Schade eigentlich So, jetzt haben wir es, Leute Wird mich jetzt echt verarschen, oder? Der ist jetzt nicht auf der anderen Seite der Tür Ist gerade unten Warte mal, bin ich jetzt hier richtig? Reiben, Gleister, das ist da unten, oder? So eine Kacke Oh ja, der Kerl Oh, dieser bescheuerte Kerl, ne? Ich schwitze gerade so ein bisschen Aber wir haben es geschafft Diese ekelhafte Nixe ist besiegt Werder Binder, wie man es halt sieht, ne? Ist da unten im Zweiten Ich muss in den Zweiten Stock Hey, Kappe Genau, ich mach's jetzt so Na komm Na komm Na, mal sehen, ob wir hierher kommt Äh, hinterher kommt Ich glaub's geht schneller Wenn ich ihn mal auf dem obersten Stock Irgendwie festnagel Und dann Oh, der kommt mir echt nicht hinterher Der kommt echt durchs Wasser? Ich glaub's ja nicht Das ist doch nicht Das ist doch nicht die Wahrheit, oder? Hast du das gesehen? Der ist mir durch den Pool Hinterher gerannt Durch den abgelassenen Pool So, jetzt aber, komm Und wir sind schneller, bitte Er kommt nämlich von hinten Ich hab's hier aufgeschlossen Ich hab's hier Ich bin da! Let go of me! No! No! Du hast sie! Du hast meine Frau! Du hast für was du getan! Du bist wie sie! Warum? Tell me why my daughter had to die! It's your turn! Suffern like my child! Was zum Geier? Oh nein! Du verrückte! Nein, die Tür geht nicht auf! Wow! Die ist aber ein bisschen schnell! Oh Gott! Oh Gott, ist sie schnell! Was? So eine Frau, sie haben sie nicht mehr alle! Ich kann aber keine Tür öffnen! Oh nein, komm schon! Oh! Ich muss kurz ein Schlückchen Kaffee so unterwegs! Was? Warum? Ich hab doch Kaffee getrunken! Beruhigungsmittel! Oh! Was? Was? Okay! Ich bin insignificant! Ich bin kein Handlauer! Wann denn? Ja? Ich bin ein Kind! Ich bin ein Z-Zoß! Du hast bläst! let me through I must get in I'm begging my daughter's in there let go of me no you killed her you killed my daughter you'll pay for what you do you're just like them tell me why my daughter had to die it's your turn suffer like my child okay das wusste ich gar nicht mehr die ist ganz schön schnell nein 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 okay ich weiß noch was ich tun muss aber es ist schon echt lange her ich glaube zumindest was sind die hausmeister jetzt eigentlich schon tot das wäre super lustig ich überhaupt ja nein ich kann nicht ich kann nicht öffnen ja oh gebrücktes ding ah genau es war richtig was ach verdammt ich glaube ich weiß was ich tun muss oh nein oh ernsthaft ich glaube ich weiß was ich tun muss Leute oh nö das ist doch nicht euer Ernst ne das ist doch nicht euer Ernst ich muss okay ich sage euch was ich tun muss ich muss hoch oh nein Schweinebär ist auch wieder da was machst du denn hier ich gebe mich auf den Sack bitte ich muss ganz hoch die Alarmanlage fit machen dass sie davon abgelenkt wird oh nein geh doch mal Schweinebär lass mich doch mal in Ruhe bitte so warte los nicht hey hier bin ich doch wir sind jetzt blind zu blöd ich muss ja im Prinzip nur unter den Stein ansetzen der Rest ist egal der kann mich jetzt ruhig sehen das ist mir eigentlich relativ wurscht ich habe einen guten Vorsprung ich glaube er sieht mich nicht mal ey Dödel der findet mich nicht mal ist ja witzig okay das war jetzt hat besser geklappt als ich es wollte was du bescheuert Pfeife ich habe einen ganzen Stockwerk einen ganzen Stockwerk Vorsprung vor dir ja wollte ich so mal anmerken ist okay die Zeit läuft glaube ich weiter okay okay oh Gott jetzt können wir jetzt immer springen glaube ich wenn es geht 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 ne ah ja da ist sie wieder die verrückte Frau hier ich hoffe es funktioniert jetzt ansonsten weiß ich auch nicht was ich anders machen soll ist lustig verrückt zu sein ne sieht es ja auch so ach schon die Alarmanlage ist doch richtig mach jetzt ja sag jetzt nicht das woops mein Kind ich werde immer protect sie hat versucht mich umzubringen ah ich bin glücklich dass du dich nicht bemerkst danke Gott wir haben keine Zeit für das ich habe ein Schreibe aus der Lekture Halle ich glaube es war so jung ich gehe nach Jihyun du gehst ich dachte sie wäre ein bisschen nachtragender und würde mich jetzt hassen dafür dass ich sie nicht dass ich hundertprozentig auf ihrer Seite war aber warte mal die Frau eigentlich tut sie mir schon ein bisschen leid ich meine sie wollte nur den Tod ihrer Tochter rächen oder generell und der Hausmeister hat sie nicht reingelassen aber sie war auch nicht sie war doch kein Mensch oder das sie war doch ein Geist ich meine sie hat diesen Schrei losgelassen wie von einer Banshee wie so ein Rachegeist einfach okay aber das Schöne ist ich kann mich jetzt in aller Ruhe umsehen in den beiden Gebäuden und ich glaube das werde ich auch mal machen und werde mal Bericht erstatten was ich so gefunden habe